Liebe Neonazis in Chemnitz, ich bin ein weißer Südafrikaner und bin weder rechts noch links, aber eher schnurstracks geradeaus und ab und zu gebrauche ich mein linker und manchmal mein rechter. Vergisst die Einwanderer und vergisst die Lügenpresse und konzentriert euch auf dem Feind im Innern, worüber ich euch in diesem Film auf Vimeo, wegen Zensur, alle Auskunft gebe und ihr werdet erstaunt sein. Titel Das Schweizer Biest – Basislager des Teufels Und nur dieser Film kann Deutschland retten. Der Feind im Innern will diesen Krieg zwischen Muslime und Deutsche. Dieser Krieg und dieser Krieg ist schon vor 200 Jahren von den Freimauern angekündigt worden. Darum terrorisieren die Ritter des Feind im Innern in ihren tollen Uniformen tagtäglich wehrlose Immigranten, wovon einige unter denen sich schließendlich auf einen wehrlosen Deutschen rächen, in der falschen Überzeugung, dass Polizisten Deutsche sind, was diese Römer in ihren Uniformen wohl kaum sind. Die Allemanen wie im reichen Süddeutschland und in der Schweiz waren die ersten Germanenstämme, die mit den Römern kollaborierten. Die Sachsen waren die letzten und immer noch mit dem meisten Widerstandspotenzial in den Genen. Dieser alles erklärende Film ist mein Geschenk an Deutschland, an die RAF und an die Sachsen, um den wahren Feind im Innern auf allen Schlüsselpositionen zu erkennen. Unter anderem, dass der deutsche Pharaonenadel mit dem muslimischen Pharaonenadel wie Kalife, Emir und Sultane abgemacht haben, dass sie alle, diese Muslime, nach Deutschland kommen dürfen, in einem Gesamt-BRD-Pharaonenreich. Es gibt keine Schlösser in Deutschland vor dem Jahrtausend und es gibt keine deutsche Kaiser oder europäische Könige oder Königin. Alles Import aus dem alten Ägypten über das Römerreich. Ich rede hier über die alte Weltordnung, die immer noch da sind und uns immer noch regieren. Darum hat der Sachser und stolzer Germane eine Identitätskarte mit seiner persönlichen Sklavennummer drin, was er oder sie Tag und Nacht bei sich führen muss, um sich bei einer Sklavenkontrolle der Retter unserer Feodalherren auszuweisen.